Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario Kart 8 mit allem aus dem Team Peetsmeet und natürlich DaluKart und wir spielen heute wieder mit Teeps. Und ich wähle wie immer eine zufällige Map und Bram möchte immer noch seine eine Map da spielen und ich hoffe auch... Oh, Bram kommt halt nie dran. Oh, DJ, dann nimmt die für dich richtig, richtig kacke. Wer ist denn da disconnected? Oh, war ein verloren? Oh, das ist doch keine Regenbogenstrecke. Ja, aber der disconnected ist nicht, der ist nicht... Warum disconnected der denn nur, weil ich den Babypark ausgewählt habe? Ich denke nicht, da ist er doch wieder. So. Ah, ich hab halt keinen Bock auf das Spiel. Da hast du aber eine Strecke ausgewählt. Okay, Team, jetzt. Nee, TS war eben... Okay, Bram und Chris. Dalu ist gefährlich. Ist der jetzt bei uns im Team? Alles ernst, auf die schwule Strecke drangekommen? Meine ist übrigens wieder drangekommen. Nee. Jeder, Peter, Guza, macht... Das ist schon erster Zweiler drüber. Ja, aber hier trifft man nur seine... Ach, die Strecke. Ja, die ist halt einfach scheiße. Ich hab hier die paar Knappen, erster, Leute, komm. Wer ist denn jetzt überhaupt bei mir im Team? Ich weiß nicht, wer bei mir im Team ist. Ich schon, Sepp. Alles klar. Okay, Leute, easy. Die Strecke ist einfach. Hier kenn ich sogar den Weg. Die kenn ich auswendig. Die kenn ich. Von öfter gefahren online. Nein, ich hab jetzt meinen dritten... Dritten Sterne zereinander. Aua, ja, ich treffe gerade Rote. Mich treffe jetzt auch gerade Rote. Okay, das ist nicht mehr so nice. Ich bin Sechster irgendwie. Alter, wieso krieg ich denn nur Bumerang und so eine Scheiße? Krieg ich hier nur Grüne ab und so eine Scheiße? Wer hat mich die jetzt wieder gebraucht? Ich war das. Ich bin echt jetzt wegen der blauen Letzter geworden. noch. Wow. Sehr gut. Ich hab die blaue abbekommen und bin Letzter. Ich hab die blaue abbekommen. Ich war erster. Ja, das ist halt diese Drecksmap, die du gewählt hast. Das ist voll gut, wenn mein Team, was aus Dalu und Sepp besteht, in Führung ist, obwohl ich Sechster war. Das bedeutet eindeutig nur eine Sache. Will ich die Strecke nochmal nehmen? Er wird jetzt taktisch genommen. Gespielt. Wir müssen leider die Randomness gewinnen. Dann kannst du aber Excitebike nehmen. Ja, genau. Aber Excitebike finde ich nicht so cool wie Babypark. Aber ähnlich unterhaltsam. Ja, ist total unterhaltsam. Ich finde die gut, Sepp. Ich finde das gut. Dalu und ich muss mich halt mein Team adaptieren. Ich finde das gut, dass Jay endlich mal ein Teamplayer ist. So, Start muss jetzt gut werden. Bin ich schon immer Teamplayer. In dieser ganzen Aufnahmesession. In dieser Aufnahmesession bin ich absoluter Teamplayer. Ey, wer hat mich da weggeporkst? Jetzt mach ich immer das Grüne. Wie assi ist das denn? Ja, glaub ich, ich. Ich seh überhaupt nicht fest, da ist Gegner und mich, ey. Ja, boah. Also Dalu schießt einfach. Ich hab doch gesehen, dass da keiner von meinen Düns ist. Dalu liegt auf dem Gras lang. Doch, doch, das ist Absicht. Da liegt nämlich das geheime Item. Ey. Best 3. Wo ist Bram? Bram ist hinten. Okay, alles klar. Oh, Leute, das war mega knapp, Peter. Leute, das war... Oh, Jay. Ja, fahr mal mir vorbei. Ich hab dich weggebracht. Ihr habt nicht geguckt. Sepp, fahr nach rechts. Sepp, fahr nach rechts. Oh, ich bin drüber gesprungen. Okay, gut. Oh. Ist der nicht geholfen? Hat der jemand vor? Oh, so. Nein. Jay, nicht hier stehen. Bleiben auf der Straße. Also, sieh den ersten Spiel. Ja, da kam jetzt ne Grüne an. Eigentlich dämlich, weil du fliegst viel zu hoch. Ja, da hat es mir auch schon aufgefallen. Und zwar gerade. Manchmal macht das echt... Ja, genau. Also, manchmal macht das echt Sinn, irgendwie... ...dann vorbeizufahren. Ich weiß noch nicht bei welchen. Gar nicht beim Flachen. Oh, da kommt man von hinten. Oh nein, jetzt bin ich jetzt eine Banane da durchrein gefahren. Nein, nein, nein. Nein, du bist... Ich bin von der Grünen getroffen worden. Was? Jawohl. Komm schon. Wo bist du, Sepp? Vier Tag. Auf Jay können wir uns ja nicht verlassen, leider. Ich bin dritter, du Arschloch. Dalu Jay ist grad nicht schlecht. Okay, okay. Ich bin raus. Kein Item gekriegt. Ah, scheiße. Ach, boah, Mensch ist so... Das ist okay. Das ist okay. Ah, lol. Dalu war erster. Ja, ist okay. Alles gut. Hat keinen Unterschied gemacht. Ja, nice. Alles klar. So, welche Geradeausstrecke nehmen wir jetzt? Boah, ich hab zwei Runden geführt. Das kann nicht sein. Doch, das ist Mario Kart. Das kann sehr gut sein. Das zackt gerade richtig hart. Sepp, wenn ich einmal mit Sepp und Zalu im Team kriege die 14 und 18, dann ist mega hart. Alles klar. So, welche Strecke möchte mein Team denn jetzt haben? Was bevorzugt ihr? Welche Geradeausstrecke? Die Geradeausstrecke habe ich am besten. Ja, welche? Tut mir leid, wir müssen live. Die Kuh, die Kuhbeweide. Die ist ja nicht ganz klar aus. Ne, 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 die ist nicht gut. Hier, Autobahn. Autobahn ist behinderte Scheiße. Die nehme ich nicht. Die nehme ich. Jay warhin letzter auf der Autobahn geworden. Sepp, erstmal, ich nehme die Autobahn. Na, Jay hatte nur Pech vorhin. Achso. Abwechslung, scheißegal, der Sieg zählt. Ah, die Autobahn. Sepp hat doch schon mal eine Strecke ausgewählt. Sehr gut. Die Autobahn finde ich auch gut. Was, Mama? Carlo, wir müssen not carry'n. Ja, Mama. Wenn ihr nicht erst an Zeichner werdet, wisst ihr, was das dann abgibt. Was ist los hier heute, ey? Wir müssen nur gewinnen, Jay. Wir müssen not carry'n, Alter. Okay. Peter, spiel mal absichtlich schlecht, bitte. Mach deinen Teammates weg. Kannst mich mal schön am Arsch lenken, Alter. Ich zieh, Peter. Oh fuck, ich hab kein Atem gekriegt. Ja, und ich... Na hier, fahren wir schon. Safety first. Wow. Was ist das denn? Wieso denn eine Tröte als Fünfter? What was that? What was that? Das ist immer melden, dass du neben mir bist. Äh, mit der Tröte? Nicht schlecht, Peter. Dankeschön. Die Hex. Die Hex. Die Hex. Ich hatte drei Grüne. Ja, eine Tröte geht da easy durch, mein Freund. Mann, ich komm gerade nicht nach vorne. Jeder hat hier eine Tröte, oder was? Komm schon. Gib mir mal was. Nein! Oh, die Bombe willst du mich verheilen, Mann? Peter ist da draußen geflogen, jetzt krieg ich die blaue ab. Ich weiß da alles. Oh, lol. Sepp trifft sich sehr. Hey, pass auf. Ich hab drei Rot und kommt von rechts. Oh fuck. Ich bin der Erster. What the fuck? Irgendwann läuft heute falsch. Okay. Nein. Wieso komm ich mit dem Stern nicht an Dino-Card ran? Wieso ist der schneller? Weil ich unglaublich gut war. Er ist Erster gerade. Ich bin Erster. Jetzt kommen die mit Raketen und Sternen hier hinten. Ich hab keine Chance. Jetzt ziehen die mich hier mit Items ab. Ey, das hab ich die letzten Vollstrecken gar nicht gemacht. Oh, oh. Oh, was passiert hier gerade, ey? Erster, Zweiter, ey. Jawoll, Leute. Schönen Team. Jawoll. Jawoll. Das ist alles cool. Oh, Mann, ey. Geil. Guck mal, wir sind das 1, 2, 3. Selbst in der Gesamtwertung gerade. Ich will nicht sagen, aber wir können nicht mehr gewinnen. Jawoll. Wir sind gelaufen. Voll geil. What the fucking heck ist hier los? Ja, einfach mal geradeaus fahren. Oh, ich hab das geliext. Ja, lass die anderen doch mal eine Strecke auswählen. Moment, wir können nicht mehr verlieren, ne? Ja. Wir kriegen auf jeden Fall 6 Punkte. Voll geil. Guck mal, ey, das nehmen. Guck mal, Feder. Das hätte ich viel früher, wobei, wäre egal, wir sind ja eh eure Wichsstrecken gekommen, ey. Ja, aber das ist halt das... Der Bram wollte doch immer die hier haben. Aber das ist aber sozial dadurch. Erle, ich mich jetzt mal zurück hier. Ja. Alter, dreimal selbst strecken, das ist für mich verarscht. Heute kam doch keinmal meine. Das stimmt. Ich nehme das am Anfang ab, die Strecke. Wir sind ja nicht einmal gefahren, ey. Soll ich die gleich mal nehmen für dich? Ist mir egal. Das ist der Start, das ist immer super. Ne. Aua. Ich hab grad die Bahn angekriegt. Ja, das war jetzt so glücklich. Wünschen! Wird es eigentlich Windschatten noch, wenn man lange dauert? Jetzt. Oh, komm, klottet mir mein Anchen. Wo? Jetzt nach vor mir ist du Dali? Ich bin dritter. Oh, okay. Geh mal weg, Dali. Ja, ich verrunden dann. Loll! Hast ne Eisgottetis gespannt. Was bin ich? Mann, ich hab ne rote und seppes fünfter und Dali vierter. Was soll ich denn jetzt mal? Ah scheiße, sie haben eh gewonnen. Was? Was? Aber ich will nicht letzter werden. Guck mal, wie kannst du da noch Gesamtssieger werden, Gegner? Ja, das ist halt. Dankeschön, mein Teamplayer, Jonathan. Gerne, wir haben gewonnen. Und ich bin ein großer Teil davon gewesen. Das war's, du. Das ist los, ja. Mit deinen Votings. Wow, 50. Krass, krass bummer an, Alter. Naja, Furios ist der Eiltsamts eingestellt. Oh, Bram, gleich kommt einer von links rausgeschippert. Nur einer. War sogar... Boah, die Rakete war ja richtig... Ja, die war richtig nice. Da kommt eine blaue, Brems. Oh nein. Oh, die war echt kacke. Wie fährt der denn? Wolltest du mich gerade noch umlocken, Peter? Ja, auf der Ziellinie, Alter. Ach komm. So nicht, Schlucki. Der Gesamtzieg. Der ist doch schön. Der ist doch schön. Ja. Der ist doch wunderbar. Guck mal mal jetzt auf die Gesamtpunktszahl. Hey, ich hab das. Wär auf dem Ziel, wärst du 100 pro Erster gewesen. Hätte ja nicht den ersten Platz genommen. Oh, da bin ich doch absichtlich auch gerne Letzter. So ein Teamergebnis. Ach ja. War ganz schön nice von Dalu und Sepp. Aber ein richtig geiles Team. War ja auch easy. Kein Bram, der dich die ganze Zeit abschießt. Zumindest da wird noch zählt. Peter war auch mal schneller. Ja, naja. Wunderschön. Der Glück ist doch nicht so deutlich geworden, ey. Dann hätte ich mir echt einen Kopf gefasst. Ja, schlimm genug überhaupt. Da kann man uns auf jeden Fall hoch anrechnen. Ja. Herzlichen Glückwunsch euch. Ich bin, Ram und Chris. Vom ganzen Herzen. Dankeschön. Ja, ja, ja. Und danke allen allen fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Hau rein.